Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl heute, wenn die Kamera so ruckelt, das meine ich gar nicht. Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl für mich, weil einerseits feiere ich ja bei unserem Projekt 26 auch vierten Geburtstag, andererseits ist Update, also sind Jochen und ich zusammen jetzt seit einem Jahr dabei. Wir haben uns überlegt, was können wir euch Großartiges bieten und hier ist er jetzt, Update, der Film, Teil 1, exklusiv nur für euch. Liebe Landsleute, für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Ich bin der Einzige hier in dem ganzen Laden, der eine eigene Sendung hat. Noch 89 Tage bis zur Bundestagswahl. Jochen ist ein Arsch. Ich bin hier, der Chef. Konferenzvideos. Erste Sahne. Fakten, Fakten, Fakten. Und wir müssen an die User denken. Ja, meine Aktionen sehr genau erinnern. Da waren zum Beispiel solche tollen Dinge wie, ähm, ja hier die, äh. Ist mir ja klar, dass ich nicht mehr bei der Ehrenkartenstu, Semila Sack. Und wenn du dich wirklich nicht erinnern kannst, Jochen, guck die Jahresendausgabe von Pleiten, Pech und Pannen, da findest du sie alle wieder. Ja, sehr erwarten die Kollegen von der Zeitung sich eigentlich von dem Duell. Ich habe mit anderen gesprochen, die sagen, ja eigentlich kommt nichts raus. Wie sehen Sie das? Ja, das ist eine gute Frage. Indem alle darüber berichten, kommt natürlich was raus. Auch wenn nichts rauskommt. Also es wird morgen das Tagesgespräch, die Schlagzeilen, die Zeitungen, die Fernsehanstalten heute Abend. Ja, alle Fernsehanstalten berichten live in der Nachbetrachtung dazu. Also es ist sozusagen, indem alle darüber berichten, wird zum Ereignis gemacht. Aber ich habe so tolle Dinge gemacht, wie zum Beispiel hier die, äh. Und ich habe so tolle Dinge gemacht, wie zum Beispiel, ähm, hier die, ähm. Wer hat denn mit Westerwelle geredet? Ihr oder ich? Wer hat ihn denn eingeladen? Ich! 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 Das war also der erste Teil unserer Update-Trilogie, Update der Film. Es werden zwei weitere Teile folgen. Das ist, äh, der Sinn einer Trilogie, dass es am Ende drei Teile sind, ja. Und wenn ihr euch Jochen anguckt, der sitzt also jetzt seit geschlagenen 400 Stunden an seinem Rechner, ja. Ähm, ähm, so alle zehn Minuten stürzt der Rechner ab und ist dann für wiederum zwei Stunden nicht zu gebrauchen. Aber, ähm, ähm, ich sehe schon, der Rechner rechnet und, ähm, noch heute werden wir euch den zweiten Teil zeigen. Den zweiten Teil der Update-Trilogie, der, so munkelt man, möglicherweise der Vorläufer wird vom vierten Teil. Das ist ganz neu, das gibt es nur bei uns, nur bei Update und nur bei NBC GIGA, eine Trilogie in vier Teilen, vielleicht auch nur in drei Teilen. Wir müssen einfach mal gucken, ja. Ja, ansonsten denkt dran, hier vorne, ja, das ist euer Laufband. Wenn ihr wollt, dass wir da eure Grüße draufschreiben auf dieses Laufband, dann geht auf GIGA.de unter den Artikel bei Projekt 26 und tragt euch ein unter dem Comments-Button mit euren Grüßen und Wünschen zu unserem Geburtstag oder vielleicht zu eurem Geburtstag oder, ja, wozu auch immer. Habt viel Spaß dabei und, ähm, schaut euch um. Projekt 26, jetzt noch 24 Stunden.